so wunderschönen guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier bei jb trading deinem youtube-kanal von trader für trader wir schauen uns gleich gemeinsam bitcoin und ethereum an was erwarte ich für den heutigen tag was sagt die price action und nicht vergessen heute ist 14 30 wichtige zahlen aus amerika aber bevor wir mit einer analyse loslegen wisst ihr gibt gerne dem video schon mal ein like und dann schauen wir auch gleich rüber auf die charts bitcoin macht genau das was ich gestern gesagt habe ich erwarte dass wir hier runter gehen in diesen trendwende bereich aber ich sag es immer wieder und gerade heute ist es extrem wichtig lasst die finger von den charts wenn ihr nicht wisst was ihr zu 100 prozent macht ja allgemein wenn ihr nicht wisst was ihr macht lasst die finger von trading ganz ganz wichtig aber heute noch wichtiger also dieser bereich hier bei 56.840 bis runter zu 55.330 us dollar der muss für den heutigen tag halten wenn die inflationsdaten rauskommen aus amerika ich habe es auch schon gestern im update video gesagt auch schon im vorigen update video wo wir hoch gegangen sind habe ich gesagt wir müssen hier diese 59.350 us dollar nachhaltig durchbrechen dass ich sagen kann okay diese aufwärtsbewegung diese sequenz ist legitt also ist bestätigter sagen wir es mal so ja die wahrscheinlichkeiten würden dann steigen dass wir die hier tatsächlich zu ende bringen und dann hier in diesen bereich hier hoch gehen von 62.500 bis 64.500 us dollar aber am übergeordneten szenario ändert sich da durch sowieso nichts oder eigentlich wenig ich gehe auch hier nach wie vor davon aus dass wir aus diesem bereich hier nach oben bei 62.700 bis 68.000 us dollar weiteren verkaufsdruck sehen sollten und dann weiter fallen sollen richtung erst einmal 52 bis 50.000 us dollar immer noch in place sind hier unten die 44.000 bis 28.000 us dollar ja nicht vergessen und nicht in paar wochen falls es passieren sollte sagen du hast gesagt wir gehen auf 70.000 nein wir können nur das machen was uns der markt gibt und der markt zeigt halt wirklich hier wenig bullische stärke es ist hier auch in dieser aufwärtsbewegung habe ich auch in den letzten videos gesagt es ist nicht schön ja wir haben zwar einen impuls nach oben ja diese aufwärtsbewegung ist ein impuls ja es sind stetig higher highs und higher lows hier aber es ist halt mit wenig kaufdruck ja das sieht man einfach an diesen kerzen da ist keine große kerze dabei wo mal wirklich hier hier haben wir knappe zwei prozent aber es ist keine dabei wo sagen wir fünf sechs sieben acht prozent hoch geht bei bitcoin ja das wäre bullischer ja wobei das auch keine garantie ist aber es wäre auf jeden fall bullischer also auf jeden fall das muss für heute halten dieser bereich und es sieht so aus als ob wir hier im laufe des tages weiter runter kommen sollten und dann von hier aus eventuell mit den inflationsdaten aus amerika uns dann langsam hoch bewegen ja ich erwarte jetzt keinen impuls nach oben wo wir sagen können der markt schießt jetzt über die 70.000 hoch gehe ich nicht davon aus dafür sieht mir einfach diese aufwärtsbewegung hier nicht bullisch genug aus ich bleibe bei meiner meinung klar sollten jetzt hier tatsächlich drüber schießen über die 68.000 us dollar dann würde ich sagen okay habe ich mich geirrt aber das lässt das lässt die price action stand jetzt einfach nicht zu ja also soviel zu bitcoins ist eigentlich ganz schnell erklärt da gibt es auch nicht viel mehr zu sagen gehen wir noch auf ethereum ethereum verhält sich da etwas anders und zwar wir haben jetzt hier das ist das 100 extensions level bei knapp 3090 us dollar wir haben es gestern auf dem vier stunden time frame haben wir es nach oben gebrochen wir haben es auch etwas deutlicher nach oben hin rausgenommen somit ist diese sequenz wahrscheinlicher ja dass sie zu ende geht also dass sie zu ende gespielt wird der bereich liegt bei 3267 bis hoch zu 3377 us dollar aber auch hier das gleiche spiel wie bei bitcoin das würde uns bloß ins übergeordnete bärische in den übergeordneten bärischen trendwende bereich bringen wo ich mir wieder einen stärkeren abverkauf erwarte und zwar hier in dieser zone habe ich euch auch schon vor tagen mitgegeben vor vielen tagen schon in dem bereich von 2600 bis 2363 us dollar das erwarte ich auch bei ethereum dass wir zumindest mal in diesem bereich runter gehen und da müssen wir gucken ob wir hier eine reaktion sehen aber auch nicht vergessen bei ethereum ist noch dieses szenario in place 1800 bis 1300 us dollar ist nicht mein primärszenar also dass wir so tief fallen ich denke eher es wird sich in diesem bereich ausspielen wo wir hier hinten diesen großen order block hatten ja wird auch passen mit dem ziel level von rot ja jetzt hier diese order block dass wir den von oben an testen und dann weiter nach oben durchziehen schauen wir mal ob sich das hier so ausspielt oder ob jetzt hier komplett nach oben durch es skalieren nicht vergessen ethereum etf steht noch in den startlöchern wann er kommt keine ahnung ob er kommt also er wird kommen so wie es aussieht aber hat hier mit der charttechnik wenig zu tun wir halten uns einmal an das was uns dem markt gibt dem markt hat alles vorbereitet oder zeigt uns einfach die richtung schon an egal welche news ich gucke wirklich nicht nach news ja es gibt sowas wie news events ja corona zum beispiel 2020 ich darf das wohl glaube ich gar nicht sagen bei youtube dann kann ein flash crash passieren aber auch das ist in der regel schon drin ja ein flash crash wo es extrem unerwartet kommen würde ja sagen wir die inflation explodiert heute nach oben dann wird der markt höchstwahrscheinlich runtergehen aber auch das ist hier vollkommen im bereich weil wir werden runter kommen ja ob jetzt dafür ein flash crash event brauchen oder selder news event oder keine ahnung was es ist egal ja es ist einfach egal weil der markt uns einfach alles sagt und der markt sagt solange wir hier keinen starken impuls nach oben haben sagt uns der markt hey wir sind short gerichtet es ist halt einfach so können wir nicht ändern und ich will es auch nicht schönreden und das finde ich auch geil an meiner community die schätzen das dass ich auch hier bearish szenarien anspreche wenn wir bürger szenarien haben wenn wir bürger haben da spreche ich bürger haben sprechen ja ob kurzfristig oder langfristig ist in dem fall wurscht also es ziehen wir uns hier noch unser pc korrektur level bei ethereum ein und zwar haben wir hier dieses neue gestern generiert dann gucken wir was für heute halten muss bei ethereum und dann würde ich sagen war es das schon mit dem update video für heute also falls der markt jetzt runter kommt wo es stark jetzt danach aussieht wir bilden hier auch lower lows und lower highs ist dieser bereich bei ethereum wichtig 2984 us dollar bis 2893 us dollar dieser bereich muss halten man könnte sogar eine long position eröffnen werde ich vielleicht auch machen kurzfristig eine kurzfristige long position falls wir herunter gehen in diesem bereich aber wie gesagt auch hier bei ethereum der aufwärts die aufwärtsbewegung ist nicht wirklich bullisch wir haben zwar hier eine schöne grüne kerze gehabt eine große deswegen sind wir auch hier über dem 100er extensions level drüber gegangen aber auch wie gesagt hier wenn dann gehe ich davon aus dass diese aufwärtsbewegung einfach nur dazu dient dass wir hier in diesen bärischen trendwende bereich reinlaufen und von hier aus weiter ab verkaufen können schauen wir mal wenn wir hier natürlich auch bei ethereum über die 3500 drüber schießen und zwar ich meine drüber schießen ja nicht nicht drüber hangeln sondern wirklich impulsartig nach oben drüber gehen dann sieht auch bei ethereum wieder bullisch aus aber bis dahin müssen wir uns an den markt halten der sagt stand jetzt mittelfristig bearish kurzfristig bullisch gucken wir mal wie sich das hier ausspielt so ich würde sagen das war's mit dem update video vielen dank fürs zuschauen wenn dir dieser content gefällt würde ich mich freuen natürlich wenn du kostenloses abo da ist ein kommentar und ein like natürlich und wir sehen uns dann zum nächsten update video euch einen wunderschönen donnerstag heute gibt es etwas abkühlung und wir sehen uns dann zum nächsten update video euer jo macht es gut und ciao ciao leute